Holen Sie sich den genialen Snack & Pasta Chef und zaubern Sie köstliche Pasta-Variationen oder süße und bekannte Snacks zu jedem Anlass. Einfach schnell, frisch und lecker. Mit ihm können Sie frische und köstliche Pasta selbst herstellen. Schnell und einfach. Oder kreieren Sie delikates Gebäck und herzhafte Snacks in Minuten schneller. Perfekte Ergebnisse, absolut ohne Chaos. Es ist so einfach. Mit Snack & Pasta Chef zaubern Sie gefüllte Pasta, herzhafte, fruchtige oder süße Snacks. Schneller, leichter und leckerer, als Sie es je für möglich gehalten hatten. Mit Snack & Pasta Chef sind Ihren kulinarischen Kreationen keine Grenzen mehr gesetzt. Teig auflegen, Lieblingsfüllung dazu, Teigdecke drauf und ausrollen. Das ist alles. Jetzt einfach kochen oder backen und in Minuten haben Sie Speisen aus aller Welt auf Ihrem Teller. Italienische Ravioli, kantonesische Vantans, umwerfende türkische Manti, leckere schwäbische Maultaschen, köstliche russische Pelmeni, delikate slavische Piroggen, indische Samosas oder unwiderstehliche ukrainische Vareniki. Mit dem Snack & Pasta Chef sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Snack & Pasta Chef braucht auch nicht viel Platz in der Küche, denn alle Teile lassen sich im Handumdrehen im praktischen Aufbewahrungsbehälter verstauen. Und die Reinigung ist kinderleicht. Alles in die Spülmaschine und fertig. Also, worauf warten Sie noch? Holen Sie sich Ihren Snack & Pasta Chef. Einfach schnell, frisch und lecker.